Musik 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 Safe call Ok, ich beginne jetzt einfach mal ganz frech Ich bin echt gespannt was noch geht. Ich habe immer so die Hoffnung dass am Anfang ein bisschen mehr Lack drin ist Bei den Cases Chakro Gaming Danke für deine Donation WCW Danke Ben Einen Key hat er quasi donated jetzt Nice Gucken wir mal was wir heute reinlacken Die Musik muss ich ein bisschen leiser machen Wenn euch die Musik gefällt könnt ihr reinchecken Ist von dem Kumpel So Dele Okay Dann lassen wir den Regen mal beginnen Ey ist schon krass was so alles an lilan und pinke Scheiße vorbeifliegt Und ich lande auf dem blauen Das Video ist eine Video wo die ganzen Knives und dann ist ein blaues dazwischen und da landet er Ist doch immer so ne? Ist immer so, richtig widerlich Mich würde man hier M4 interessieren Aber nicht nur so auf dem Bild Sondern halt wirklich mal in Gameplay So Star Trek Oh ich krieg die Oh Star Trek wie schön Ich will die Scheiß Tag Nein man HotlineTV Vielen Dank für dein Follow Ja ich hab eben nochmal ein bisschen Werbung gemacht Nice 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 Ey was da alles lila fasst Ey was da alles lila fasst Das alles lila fasst Ich hab den Kanal Die sieht echt nice aus Aber die erinnert mich so an die Nuklearteile Aber die sieht echt okay aus Einsätze probt Aber die Tiger Most wurde ihm dazwischen schon etwas aufbruch gewesen Ja man Star Trek Negev Power Lauder Nice Oder halt den Revolver R8 in Crimson Web in Factory New Wieviel ist denn der noch wert Der war heute Mittag bei 200 Euro Was? Der Revolver in Crimson Web Factory New Was? Kann schrecken Ey so viel lila Und ich krieg Ja die Ich bin zwischen zwei lila Ich hätte so gern die Tag 9 einfach Aber ich Natürlich will ich wie lieber die Autosniper Keine Frage Keine Frage Webe Ahhhh schluss Machen wir eine Spinnung Du kannst dann ne Tradeup machen Ah Ja Ja Tradeup ist halt immer die Frage Was du dann rauskriegst man Wenn du die scheiss Negativ rausbekommst wie vorher Dann lohnt es halt einfach nicht Ja aber wenn du lila Tradeup machst Komm bleib bei der P90 Danke Bleib nicht bei der P90 spiel Nee Wenn du Lila-Trade-Up machst, dann kriegst du ja entweder die Autosniper, die P90 oder die AK. Na man, eine kackt halt immer rein! Ja, klar! Scheiße, man! Revolver-Studge weg! Fade! Fuck! Einsätze-Brot, man! Fucking shit! Alter! Meine Fresse! Factory-New! Factory-New-Stie! Die ist fucking Factory-New! Man! Das sind nur 8.000. Holy fucking shit! Ich hab den... ...Ding... ...Fade gezogen. Star Trek in Factory-New! Alter! Das kann doch nicht sein, Alter! Was kostet die? 400 oder 300? 300, irgendwie so. Warte, ich mach grad auf. Alter! Es gibt kein Factory-New auf dem Markt! Fuck! Es ist 360 Euro. Shit! Es gibt kein Factory-New auf dem Markt! Also Minimal-Vest 360 Euro in Factory-New gibt's nicht auf dem Markt! Shit! Fuck! Fucking shit! Ah! Ich hab's gesagt, man! Die Scheiße! Am Anfang musst du die Scheiße aufmachen, Alter! Ich hab's noch gecalled! Uwe! Das ist richtiger Bauer! Die gibt's noch nicht mal auf dem Markt! Alter, Mann! Star Trek-P90! Nein, okay! Ah, ich nehm gern die Autosniper! Ist okay! Alter, uwe, die Lecker! Alter, das ist richtig! Ey, Schweinelack! Ohne Witz, Mann! Haha, das ist gut, alter Schweinelack! Gießen Spieler! Fuck! Oh, mein Herz, Mann! Mein Herz! Einen Grinsen im Stream, Alter! Ja, ja! Shit, Mann! Gute, Alter! Tap-Out-König, Alter! Da tappt er sich selber out! Richtig geiler Drop, Mann! Shit! Fuckin' GZ, Mann! Weil so viele Kisten hast du's halt auch endlich schon mal verdient! Ja, Mann, das ist echt so, Mann! Uwe, weißt du mal, was das Beste war, was ich überhaupt gezogen hab, in meiner ganzen Laufbahn? Was? Ne 30 Euro ABBA, Simon, Alter! Lass mich hier in Ruhe, da, ey! Ich hab die Executioner, ich mein, die ist zumindest pink, die wird ja noch ein paar Euro wert sein. Boah, scheiße, der fucking Colt, Mann! Ich raste aus, Mann! Ey, aber ohne Scheiße, ich würd den verkaufen, bevor das Ding genervt wird! Naja, die Frage ist halt, ja! Oh, die Tech-Nine auch noch, nice, Mann! Sieben Tage warten, ist halt die Sache, ne? Ja, aber ich mein, bis dahin, vielleicht hast du ja Glück und bist bis dahin noch nicht genervt. Und was sagst du denn da schon wieder? Instant auf Lounge, Alter! Wir sind in den Jackpot rein, okay, auch, Mann! Geht aber gar nicht! Viel zu teuer! Sieben Tage warten, halt! Na, nicht nur deswegen! Nochmal die Tech-Nine! Ja, die Tech-Nine hast du ja auch noch gekriegt, du Krippe! Puh! Die Tech-Nine sind fett aus, ja? Ja, zocken wir noch ne Runde! Das heißt, ich mach auf jeden Fall die jetzt noch auf, die, was ich noch hab. Also wenn ich den, dieser von mir hab, dann muss ich ja auch mal kräftig das aufmachen, um zu gucken, wie scheint das... Ich würd nicht verkaufen, das Problem ist halt einfach, dass, äh, Minimalware schon für 360 drin ist. Ja, Mann, das heißt, Factory News über Marktpreis. Die Crimson Web will ich noch einen Factory News, Mann! Wie viel ist denn noch wert, hast du mal geguckt, Dennis? Ne, noch nicht. Das Sache ist, der wurde heute schon dreimal gekauft, äh, über... Warte mal, jo, eins, zwei... Ja, aber es ist ganz ehrlich schon krank, was da alles vorbeizieht, und dann kommt nur noch blau am Schluss. Uwe, der wurde heute schon sechsmal für über, äh, 360 Euro gekauft. Welcher? Der Minimalware. Du musst ja mal diese... Kranke Scheiße, Mann. Du musst immer nicht, was für ein Stück das kaufen, Alter, sind die irgendwie geistig zurückgeblieben, oder? Irgendwie nicht mit, dass das Ding sowieso nach ein, zwei Wochen vielleicht, wenn... Werb damit nicht mehr so viel Kohle machen kann, das... Ist ja auch egal. Ja, und dann müsstest du eine Economy verstehen. Factory News ist 40 Euro wert, der normale... Äh, die Avalanche, die sieht aber auch geil aus, ne? Hast du Factory News bekommen? Die Avalanche ist mega nice, Mann, ich feiere dich, hab die jetzt auch schon zum dritten Mal bekommen. Ich hoffe, eine ist Factory News. Was sind deine Calls, äh, was hast du für Conditions? Von was? Von... Du bist ja jetzt von der Sprecher-Dose, warum kriege ich denn dein Stream-Einswerbung? Eins hat zerprobt, eins hat zerprobt, eins hat zerprobt. Eins hat zerprobt, 335. Kranke Scheiße, Mann. Ja, Mann, knife wäre noch mega, aber ich will es jetzt auch nicht verschreien, Mann, ich bin schon mehr als zufrieden, wenn man mir so meine durchschnittlichen Case-Openings anschaut. Du musst jetzt überlegen, du hast gerade einen Gegenkranker-Zong, für den gibt es im Moment keinen Wert. Ja, Mann. Ja. Weiß, wie ich das meine, und du wirst wahrscheinlich auch auf der. Du kannst einfach mal verkaufen für 600 Dollar. Das ist gerade irgendwas Rotes. Jawoll! Crimson Web Star Trek! Nein. Nice, Mann. Und der sieht richtig gut aus. Der sieht richtig gut aus. Wenn der Fabrik neu ist... Minimalware! Minimalware! Welches knife? 40. Nicht knife. Was, wie viel? Der war 40. Wie, wie, ey, jetzt sagt jeder irgendwelche Zahlen. Ich blick's jetzt nicht mehr. 40 Euro Minimalware. 40 Euro ist der wert. Oh, der sieht aber auch gut aus. Alter, aber der ist krank, Alter. Boah, Mann. Was hab ich heute für'n Schweinelack, Mann. Heute lagst du rein, Alter. Weißt du, was das Schlimme ist? Factory New, Uwe. Wer der Crimson Web, äh, 165 gewählt. 165 Factory New, Mann. Fuck. Shit. Du hast jetzt einen Skin gezogen. Der Factory New mit StatTrak, der ist wahrscheinlich mehr als 600, ey. Ja. Ah, ich seh die ganze, diese scheiß AK, Mann. Gib sie mir doch einfach mal. Uwe, verkaufe die bitte nicht den, äh, den Cold. Riskiere es, riskiere es. Was verkaufen? Sieben Tage warten. Sieben Tage warten mit dem Revolver. Riskiere es. Ist halt die Frage, welcher von den roten Gegenständen der billiger wird, oder ob die sich beide relativ safe halten. Ich würde den auf keinen Fall im Markt verkaufen, allein aus dem Grund, weil... Nein, nicht im Markt. Du musst halt hier überlegen... Ja, du musst sowieso sieben Tage warten jetzt. Ja, ja. Den Handelspieler. Da kannst du ja, da musst du ja immer gucken, Alter, was dann abgeht. Aber jetzt füttert, jetzt stopft er mich aber auch noch ab. Ist doch scheißegal, Mann. Ja, aber jetzt füttert, jetzt füttert, jetzt füttert, jetzt füttert, jetzt füttert, jetzt füttert, jetzt füttert. Oh, da wird so... Glaub mir, das kann... Wollte ich gerade sagen, glaub mir, das kann... Es kann richtig krank sein, dass es eben der beste Skin, den es von der Waffe im Moment gibt, in StatTrak Factory in Hube. Ja. Ja, Mann, kranke Scheiße. Ja, ohne Scheiße. Jetzt stell dir mal vor, aber ohne... Die verkaufen denn die anderen Typen das Ding... Die verkaufen das noch nicht. Ja, wenn da stand, dass heute sechs Stück davon verkauft wurden, dann sollen das gehen. Wie Minimalware? Ja, aber wie soll denn das gehen, wenn es das Ding doch erst seit heute gibt? Ja, im Markt kannst du es sofort verkaufen. Oh, Char macht schon Werbung, hat es gerade auch gepostet. Revolver Case Opening, schaut rein, Faced, Reddreck, Infact, Renew schon dabei und hat damit gepostet. Läuft, Alter, richtig krank, Alter. Einfach auch mal radikal 37, 4 Uhr. Ja, Mann, lasst mal alle einen Follow da, Mann. Nicht hier nur abgreifen. Ja, ich follow auch mal rein, da, Leute. Ja, Mann, ohne Witz. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben auch immer einen Hecker mit. Weil ich habe auch so ein bisschen echt zu drehen in den Augen. Ja, Mann, vielen Dank für deinen Follow. What? Krieg mal den Lars hier raus. Ja, Mann. Krieg mal den Lars hier raus. Einfach, einfach raus, kann sie mir sehen, halt. Einfach raus, kann sie mir sehen, halt. Einfach raus, kann sie mir sehen, halt. Ah, shit, Mann. Ja, das ist ja auch noch doof. Ja, das ist es. Ja, Mann, dieses Tiger-Moth noch, Stat-Track, das ist noch auf jeden Fall richtig nice. Boah, die sieht schon dreckig gut aus, irgendwie. Tiger-Moth, Alter. Ich weiß nicht, dass ich das nochmals behaupte. Minimal-Ware. Die ist bestimmt auch noch ein paar Euro wert, Mann. Also, jetzt musst du gleich richtig... MC-Now is following. Vielen Dank. Oh mein Gott. Kranke Scheiße, Mann. Nice, eine Technik. Fuck. Oh. Nee. Also. Diesmal richtig reingelackt. Zeig nochmal die Fate. Also, die abgesickte Schrubfende finde ich immer noch am besten. Dalti-Jorik-Schrubfende. Mo, vielen Dank für dein Follow. Also, nochmal Lagi. Alter, die Fate ist mehr als krank, Mann. Die werde ich auf jeden Fall in die nächste Runde only spielen. Ximi, danke für dein Follow. Kommen wir endlich wieder in Serious Business, Alter. Zwei Minuten wieder.